Detlef Lotze ist ein deutscher Althistoriker. Detlef Lotze legte 1949 sein Abitur ab und studierte anschließend bis 1953 klassische Philologie und Geschichte. Das Fakultätsexamen bestand er 1953 für die Fächer Griechisch und Latein. 1954 wurde er wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Alte Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er wurde dort im Dezember 1956 mit der Arbeit µ-Epsilon-Tau-Alpha-Axi-Ypsilon-Epsilon-Lambda-Epsilon-Ypsilon-Theta-Epsilon-Rho-Omega-Nü-Kappa-Alpha-Iota-Delta-Omikron-Ypsilon-Lambda-Omega-Nü-Studien zur Rechtsstellung und freier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum 4.J.VCHR promoviert. Seine Gutachter waren Friedrich Zucker und Helmut Berwe. Anschließend wurde Lotze wissenschaftlicher Oberassistent. Die Habilitation erfolgte im Juni 1962 zum Thema Lysander und der Peloponesische Krieg. Ab September 1963 arbeitete er als Dozent für Alte Geschichte an der FSU. Nach der Wende war Lotze an der Friedrich-Schiller-Universität von 1990 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1996 Professor für Alte Geschichte. Von 1991 bis 1993 war Lotze auch Dekan der Philosophischen Fakultät. Er ist ordentliches Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt und des Deutschen Archäologischen Instituts. Forschungsschwerpunkt Lotzes ist die Geschichte des klassischen Griechenlands, hier vor allem im Bereich der Sozial- und Verfassungsgeschichte. Zudem betätigte sich Lotze auch als Übersetzer antiker griechischer Historiker. Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Schriften Lysander und der Peloponesische Krieg Akademie Verlerg Berlin 1964 Griechische Geschichte C.H. Beck München 1995 Bürger und Unfreie im vorhellenistischen Griechenland Ausgewählte Aufsätze herausgegeben von Walter Ameling und Klaus Zimmermann Steiner Stuttgart 2001 Stuttgart 2001